Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge URI2. Wir machen direkt da weiter wo wir aufgehört haben, nämlich beim Frosch. Und wie man sieht ist der Frosch ja uns wohlgesonnen. Wir haben die Mühle für ihn zum Laufen gebracht und jetzt hat er der östliche Weg ist frei und da gehen wir jetzt mal hin. Okay, ich komme hier runter, schwimmen, schwimmen immer längs. Wo kommen wir hier durch? Oh, ist das ja? Komm hier längs. Oh, kann man nicht rausschießen. Ich muss die Luft holen. Geht auch mal weiter. Da geht's hoch, schwimmen immer längs. Ah, Mist. Wir müssen auch passen. Wir kommen auf jeden Fall nicht längs. Ne, okay. Und los. Hier geht's nicht durch. Oh. Oh. Okay. Andere Richtung schießen vielleicht. Ah, Mist. Aber so geht's kaputt. Okay. Gut, mal und lange mal. Kann ich mir eigentlich Leben wieder geben mit dem Wasser? Auch nicht, ne? Oh, war ich ja. Oh, du hast gar nicht Luft geholt, ich depp. Schnell hoch und Luft holen, ne? Und wieder runter. Okay. Oh. Komm her. Schieß auf mich. Okay. Warte, jetzt. Ah, schon wieder so ein ekeliges Viech. Okay, da muss man ja irgendwie hochkommen, ne? Oh, okay, schießt weiter auf, nicht? Schieß doch bis hierhin. Ah, ich komme da oben nicht ran, bei diesem Ding, oder? Ah, guck mal. Ah, hätte ich da drüben auch rübergekommen damit? Weiß ich nicht. So. Ei, 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 ei. Das war nicht meine Armeise da. Okay. Der sieht mal nicht, ähm, Nachtfreund aus. Er gehört jetzt hier. Okay. Der sieht schon ein bisschen kolossimäßig aus, oder? Naja. Den, wenn wir, wenn wir ihn hinkriegen. Stille Wälder. Ach so, hier ist ein Sohn. Okay. Ah. Hä? Okay. Ah. Wie soll man denn da hochkommen, aber da nicht ranhüpfen kann? Gut. Können wir uns mal kurz ein bisschen leben? Diesen Lumpf kann ich bestimmt nicht rein, oder? Das geht auch nicht. Okay, das geht noch. Na gut, gut. Aber wie kommen wir denn? Ei, 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 ei. Da komme ich auch nicht. Da komme ich, da komme ich nicht so schnell weiter. Huha. Hä? Ne, wie soll ich denn da rüberkommen? Warte mal. Ah, hier ist noch nichts. Ah, Mann, was mache ich denn da? Kann ich das abschießen da oben? Ne. Hä? Habe ich hier irgendwas übersehen? Habe ich hier irgendwas übersehen? Warum geht es da nicht weiter? Es ist schon der richtige Weg, aber... Okay. Ist mir hier gelandet, aber es bringt uns ja nichts. Ich glaube, die Blasen kann man noch nicht rauf, oder? Oder kann man da rauf? Warte mal. Ah, okay, okay. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Warte mal. Okay, okay. Okay, okay. Heieiei, okay. Gut. Muss man erst noch drauf kommen, dass man die Blasen rauf darf. Das ist auch nicht so leicht denn hier, ne? Okay, hätte man wahrscheinlich auch da hochkommen können. Versuchen wir nochmal. Wie dumm. Ich dachte, das wäre schon da gewesen. Warte mal. Was macht er denn da? Was warten, dass die Blase da ist? Ich depp. Also warte mal. Ach, Mist. Ich war gleich da oben rauf. Na egal. Wir sind hier längs. So, hier war das. Hier wollen wir rauf. Pass mal auf. Okay, brauchen wir ja X um Schlüssel zu werden. Wir haben ja noch keinen, ne? Können wir also noch nichts verwenden, die hier großartig ist, weil wir haben noch keinen einzigen. Gut. Wir gehen jetzt mal weiter jetzt. Da ist aber noch ein Schlüssel, sehe ich. Okay, einen haben wir. Müssen wir den anderen noch finden, ne? Da ging es nicht weiter, oder? Ne. Gut. Oh, da geht's hoch. Oh nein. Mann. So. Hier rüber und dann. Jetzt haben wir alle. Ach, da war ja noch schon die Tür. Ich depp. Nein. Das war jetzt aber. drüber. Drüber. Tür mal auf, hier. Ei, ei, ei. Ja, ist zum Beispiel ein bisschen tricky. Muss zum Beispiel durch, ne? So. Will man schon Leben geben. still lag der Wald, wie Asche und Nochen. Ich kann hier nicht springen. Ist auch witzig. Warum nicht? Na gut. Jetzt wieder. Ich wollte wahrscheinlich mal den Hintergrund sehen. Ah, komm mal nicht durch. Oh. Da passiert was. Wer ist das denn? Die kleine Eule. Oh, endlich sehen sie sich wieder. Abgefahrene Kreaturen, ne? Muss man ja mal sagen. Ein bisschen gruselig. Oh, oh. Okay, weil ich noch mal Glück gehabt. Ist ja nicht so etwas unscheinbar, bis du nicht direkt, wenn man dich sehen kann. Nehmen wir mal so nebenbei. Und jetzt? Okay, es war Zeit, heimzukehren. Okay. Verlass den stillen Wald. Drücke um die Details zu sehen. Okay, ist ein Stückchen, wo wir hin müssen. Und wer nur ein Lüpfel ist, um zu gleiten. Okay. Natürlich cool, dass man gleich wieder ein paar mehr Fähigkeiten hat. Ah, okay. Warte mal. Oh, was muss ich denn mal? Oh, was muss ich denn mal? Oh, was muss ich denn mal tun? Oh, was muss ich denn mal tun? Hä? Windschuss zuerst steigen? Ach so, vielleicht kann ich ihn da gleich wegblasen. Wenn man will, ist Schluss. Wie das? Ah, okay. Ah, okay. Jetzt geht das, ich denn da vielleicht. Genau, komm ich höher. Okay. War nicht so schwer. Flügel ausbreiten und gleiten. Das ist natürlich cool. Okay. Ah, guck mal, so geht's auch. Kann man nicht kaputt kriegen? Schade. Du strahlst hell, guys, du störst die Stille. Unsinn, sie hört, sie sieht, äh, sie hört, sie sieht. Und du? Ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns nicht still, die es nicht tun. Ah, sie werden nie verschwinden. Ah, guck mal, da sind wieder, brauchen wir ein paar Schlüsselsteine wieder. Da ist der Zweite. So. Können wir direkt wieder rüber entleiten? Sehr gut. Ach, scheiße, wir brauchen vier. Mann. Na, da wird ja unten noch einer sein, ne? Na, muss ja hier irgendwo sein. Warte mal. Da ist noch einer. Wollen wir da hinkommen? Aha. Okay, und wie kommen wir, wie kriegen wir den vierten? Muss auch hier immer noch einer sein. Okay. Hä? Hä? Können wir den anderen schon mal hier reinpacken? Achso, und wer mit drei sind? Vier, ne? Ja, gut. Kommt, also den vierten. Kommt hier unten noch mal längs irgendwo? Okay. Ah, das war da nicht der Stein. Da ist er. Okay, aber wie kommen wir da hin, ist die Frage, ne? Na gut, suchen wir mal. Hä? Da muss ich ja irgendwie hingleiten können. Okay, das müsste ja irgendwie funktionieren. Aber, wenn ich so wie ich das will. Warte mal, kann ich weg werden hier? Kann ich hier drüben auch noch irgendwie einen Windstoß machen? War hier auch noch irgendwas? Nein! Da war nichts. Hä? Da war nichts. Hä? Da war ich schon. Okay. Wo kommen wir denn dann hin? Die Idee von mir war doch schon mal nicht so schlecht, oder? Ah! Das kann man schaffen. Warte mal. Ah! kommt ja nicht ran warum nicht das ist natürlich schon überfragt mich da hinkommen weil er das ding ist da und ich kann es sehen aber hier runter springen kann ich auch nicht da gibt es hier oben doch noch an der weg hier durch kann ist noch irgendwie durchkommen ja 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 Dass ich wieder hochkommen soll, ähnlich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann auch nur leider einmal flattern. Ich bin ja noch mal höher gesprungen, aber das geht ja eigentlich schon gar nicht. Hast du nicht gelaufen? Nein. Ich kann nur wieder rein, aber ich weiß nicht wie. Da hat echt keiner einen Weg, ne? Da gibt es nur einen. Da bin ich blöd. Hier, den habe ich gefunden gerade eben. Das ist ja auch der einzige Weg, der hier längs geht. Aber wo geht der andere längs? Ich kann da auch nicht mich irgendwie hochziehen oder so. Da geht ja alles nicht. Ich muss eigentlich gehen, ne? Aber ich kann ja auch nichts mehr machen. Kann ich den Wind darüber wehen? Da steht einer, wer will. Ist hier immer eine Blase, die auftaucht? Ich glaube auch nicht, ne? Also. Das könnte man schaffen, aber ich glaube auch, das ist eine ganz enge Kiste. Ja, oder bin ich da blöd? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal nicht. Boah! Hä? Das ist unmöglich. Greifen kann ich auch nichts. Wie soll das denn möglich sein hier? Ah, ich komme da auch nicht ran an diese Äste da. Es gibt ja auch keinen. Hä? Ich gebe auch nichts anderes, was ich noch machen kann, ne? Wirklich nicht. Das können ich noch einen Cluderschlag machen. Ich schwöc meine, ne? Behörden doch. Äh. Now we might. Das gibt's doch gar nicht. Das sieht so aus, ob man ran kann, aber irgendwie geht das nicht. Ich versteh's echt nicht, leider versteh ich's nicht, ob ich da nicht so kann. Da hieß doch noch hier an der Weg. Komm du mal hinterher. Aha, okay. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass das geht. Nein, wie dumm war ich denn? Na gut, ich weiß immer, wie es hinkommt. Okay, so viele Minuten verbraucht mir den Schwachsinn hier, immer gut. So, harte Geburt, ne, harte Geburt. Aber geschafft. Und da ist ja alles, was ziehe. Ah, guck mal, jetzt. Guck mal, Zwischensequenz. Ist auch ein Blubteil, wa? Wie hütet ihr die Stille? Ja, lass mich rein, lass mich rein! Ich bin weg! Kann da nicht rüberkommen? Boah, ist ne enge Kiste. Schau ich nicht. Na gut. Na gut. Yes! So! Ist nicht durch! Lass mal hier durchfliegen. Ah! Oh! Oh! Mal da drüben, komm mal auch rein. Dann ist natürlich wieder so ein... Wir sollen so ein Viech haben, was uns da irgendwie hinterher fliegt. Da. Na komm! Witzig gemacht, ne? Ja, gut. So. Warte mal. Das versteckt's da gesehen. Oh! Und die Stille... Stille wurde gefahrt. Super! Aber ich glaube, ab hier machen wir eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen! Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss! 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 Tau